moin der ruby is back heute wieder in einer neuen ausgabe des fortnite daily shops am 2 januar 2019 heute schauen wir uns mal wie sehr den shop an und dabei viel spaß umhinkert leute das sonnenschein und regenbögen set ist drin oh leute der farben kam der farben kam in mir sieht echt dringend aus leute auch in der tasche hinten dran die farben passen so gut zusammen leute das logo auf der brust und die tasche sie wirklich extrem geil aus leute dazu haben natürlich noch die farbenbomber sieht auch extrem geil aus farben passen auch sehr gut zusammen so dazu haben wir noch regenbogenmucht sieht auch extrem geil aus leute extrem geil spitzhacke nur was ich finde sind die augen leute die verfolgen euch die ganze zeit so leute hier haben wir nochmal djbob sieht wirklich nicht geil aus leute haben wir gestern besprochen schaut euch das video an leute wir haben den riff ranger schaut wirklich f10 geil aus auch mit dieser luftflasche hinten drauf leute schaut extrem geil aus auch mit dieser maske atemmaske sieht wirklich extrem geil aus ja die flasche mit den stickern schaut euch schon da aus leute leute natürlich haben wir noch die stoppachs leute ich finde die spitzhacke die mögen jetzt nicht so einige aber ich finde diese eigentlich ganz geil leute muss ganz ehrlich sagen mir gefällt die so leute den hängen glätter taxi haben wir muss sagen das ist jetzt nicht der beste gleiter kann man sich schon mal geben aber sogar finde ich jetzt nicht sollte wir haben jetzt den namen heute wieder im shop leute es könnte sein dass einige den geil finden ich finde ihn aber irgendwie gar nicht geil leute ganz ehrlich ich finde die sehen so hässlich aus also ich würde mich nicht kaufen ganz ehrlich leute dann haben wir hier noch brisela wirklich auch ein extrem geiler tanz würde ich mir auf jeden fall kaufen also diesen box lohnt sich auf jeden fall leute leute oh mein gott neuer tanz solange die tup sprachen lernen gebrochen ist was sagt es ist unendlich oder leute leute das ding ist ich habe gerade herausgefunden wenn ihr diesen tanz tanzt machte diese pose die ganze zeit unendlich bis ihr halt euch wieder bewegt oder so so leute das war der shop von heute hier vergesst bitte nicht euren creator neu einzutragen nach 14 tagen ist er weg und wenn er weg ist und ihr gibt viel wie wachs aus das ist nicht geil so leute das war heute die daily shop ich glaube es hat euch gefallen wenn ja dann zeigt es mir mit einem like wenn aber wirklich sehr freuen aktiviert die glocke um kein weiteres video mehr zu verpassen bis dahin